hi leute und willkommen zurück zu super mario bros 3x ihr wisst ja noch hier in dem level musste ich ja vier rote münzen sammeln ich hab ich hab ja gesagt ich guck da mal kurz nach ich wäre da selbst nie drauf gekommen nie erstmal danke an german mafia also an mafi dass er mir hier den tipp in seinem video gegeben hat so erstmal den hier mitnehmen na komm nein dann geht es eben klein weiter so kommt mal raus hier und rein da so dann holen wir uns erstmal die münze hier ja hier war das power up moment ich muss ja hier hoch um an die münze zu kommen hier über hier über nein 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 hier über hier na heute habe ich es aber wieder so jetzt aber so das war die münze heute bin ich irgendwie so ein bisschen zu doof hier diese einfachen sprünge zu machen so und hier so mal safen genau deshalb so komme ich da nicht rüber dann eben auf die tour so das wäre die münze moment hier brauchte ich den schlüssel das one up lasse ich jetzt mal stehen so einmal hier rein safen so hier drüben war ja münze nummer zwei kommst du bitte mal ja das reicht nicht okay kurz warten warten hier lang so und natürlich auch gleich wieder zurück so und da im prinzip das hatten wir bisher alles die zwei münze so aber was ich jetzt machen muss hätte ich mir nie gedacht so und zwar brauche ich hier die geister noch ein stückchen weiter unten bitte so geht das jetzt ja dass ich die geister hier mitnehmen muss um quasi hier in die tür zu kommen wer denkt sich sowas aus und ich muss auf alle fälle sollte ich noch mehr mario hex spielen ich muss da ein bisschen umdenken so münze nummer vier so einmal hier über warten jetzt rüber so und jetzt einmal hier in die tür das heißt wir haben alle vier münze so und hier hatten wir glaube ich noch eine blume genau und wir können hier hoch naja was ein kampf was ein kampf dann lieber so unten durch so hier rüber bauen wir uns eine brücke aus blöcken komm schon dann hier wieder nach oben denke ich jawoll nein weiter laufen nein wieso habe ich das gerade geschafft und wisst ihr was so kurz warten warten nein du bleibst da safen na klar geht doch noch ein bisschen schneller so einmal hier lang nächste tür ach wir haben ja hier ein boss fight zack so wo kommt als nächstes da drüben da drüben da drüben nummer zwei wie viel hitz brauchst du denn drei nein äh so habe ich zwar meine meine feuerblume wieder verloren aber ist ja jetzt nicht so tragisch so was ein kampf mit diesen vier roten münzen so weiter geht's safe und ab in das dritte level so was hätten wir denn hier eine blume lasst du mich bitte hier gleich hoch kann ich hier nicht hin ach so da kann ich nur drauf sag das doch ich dachte jetzt ich könnte mit dieser blume fliegen nein 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 so ah so hier lang hier lang ah wo hätten wir hier was aber eigentlich ja ich habe meine power so ja so 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 Ach, das möchte ich nicht haben. Dann eben so weiter. Ich sollte echt mal die, 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 ja, boah, ich sei doch verrückt. Ich sollte echt mal, na klar. Ich sollte echt mal einstellen, dass ich ein bisschen weiter rewinden kann. So, rein in die Röhre. So, das Level auch geschafft. Immer wieder ein Level, das nicht so anstrengend war. So, weiter geht's. Nummer 4. Oh, da geht's sogar rein. Na klar. So, rein da. Und vermutlich soll ich hier zum Block mitnehmen und dann da drüben aufmachen. Wenn mich nicht alles täuscht. So, da brauche ich aber noch einen. Nein, nimm doch mit, Mario. Mario, der ist so toll. So, und die kann ich jetzt so wegmachen. Weiter geht's. Äh, Blume, Blume, geht doch. So, mal safen. Äh, safestate, reingucken. Ähm. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich glaube irgendwie nicht. Ja, zum Glück kriege ich hier eine neue Feuerblume. So, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Oh, ich möchte keiner haben. Moment mal. Sollt ihr vielleicht hier mal reingucken. Nö, geht nicht. Da ist noch so eine Tür. Äh, und da hätte ich eigentlich so einen Cooper gebraucht. So, was hätten wir denn hier. Ach so, da kann man hier zwischen der, ähm, etwas größeren Welt, äh, switchen und der kleinen. Ah, ja. Secret Exit, glaube ich, gab's ja hier nicht, oder? Oder gibt's hier überhaupt Secret Exits? Hatte ich denn schon eins? Ich glaube nicht, oder? Hm, so, ab in Iggy's Castle. Da, 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 da. Ich vermisse meinen Drehsprung. Ja, klar. Was für ein Timing. Ja, so geht's. Nein. Nein. Ich möchte meine Blume nicht verlieren. Ja, okay. Hätte ich eine bekommen. Äh, zack. Bäh. So, einmal hier rein, hier rein. Ein bisschen auf diese fliegenden Kugeln aufpassen. So, ist hier irgendwo eine Tür? Nö. Puh. Na komm, lass mich durch. Lass mich durch. Boah, der, der war fies. Der war fies. Der kam von rechts. Oh, ich mag ich nicht. Äh, da geh ich am besten wieder unten durch. So. Ihr habt auch ein kleines Problem, oder? Müsst die ganze Zeit hier nach oben springen. So, ist hier irgendwas? Ne. Rein da. In die Tür. Des Grauens. Äh, das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen komisch aus. Und rüber. Ja, ich hab doch keinen Drehsprung. Seid gnädig. Au. Äh, und jetzt? Vermute mal schwer hier drauf. Boah. Nein. Hier kurz warten. Safen. So. Boah. Boah. Also, das, das ist, ist, ja, ne. So. Na, komm schon. Ja, so. Ja, so. Springen. Ja, so, haha. Nein. Ja, safen. Oh Gott. Ist ja fast zu schlimm wie Kaizo. So, hier rüber. Und weiter. Nur hier rein. Hier durch. Eine Blume, die brauche ich gerade nicht. Und rüber. Ich habe jetzt schon immer drauf gehofft, äh, oder drauf gewartet, dass hier irgendwas... Äh. Äh. Das kann ja auch wieder lustig werden. Nein. Dann sollte ich vielleicht einen Moment warten. Ja. Oh ja, oh ja, genau. So, weg damit. Und ab in die Tür. Oh, oh! Oh不同. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. zittert ein bisschen. Ich glaube, der hat ja Angst. Und rüber. Warten. Safen. Ich safe mal lieber hier zwei, drei Mal mehr. Oh und zack. Nein, der war zu kurz. Oh Gott. Ich hätte vielleicht safe und sollen nochmal, wenn das Ding hochgeht. So, jetzt zum Beispiel. Und zack. Komme ich da noch? Das müsste ich doch eigentlich schaffen. Nein. 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 So. So. Da hätte ich sogar noch eins weitergekommen. Safen. Und kleiner Sprung. Und kleiner Sprung. Nein. Und. Ah, okay. Warten wir ein bisschen. Ah. Puh. Ah, die Boss-Tür. Nehmen wir uns beide mal mit. So. Ah. Nein. Äh, aber sonst geht's dir noch gut, oder? Da. Da. So. Dankeschön. Dann hätten wir das Schloss auch erledigt. Ich bin ja mal gespannt, wie viel da jetzt eigentlich noch kommt. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Dann müssen wir hier mal gucken. Dann sollten wir jetzt malệt